Willkommen zu unserem heutigen Video über ein Thema, das die Politik weltweit neu gestaltet, nämlich den Aufstieg des Populismus. In den letzten Jahren haben wir einen Anstieg populistischer Bewegungen auf der ganzen Welt erlebt. Von den Vereinigten Staaten über Brasilien bis hin zu Ungarn und Indien, diese Bewegungen machen Schlagzeilen. Aber was genau ist Populismus? Im Kern ist Populismus ein politischer Ansatz, der darauf abzielt, die Interessen gewöhnlicher Menschen zu vertreten. Populisten stellen sich oft gegen die Elite oder das Establishment und behaupten, die Stimme der Stimmlosen zu sein. Aber warum wachsen diese Bewegungen gerade jetzt? Ein wesentlicher Faktor ist die weit verbreitete Enttäuschung über traditionelle Parteien. Viele Menschen haben das Gefühl, dass Politiker ihre Anliegen und Bedürfnisse nicht ernst nehmen. Und diese Enttäuschung wird oft durch wirtschaftliche Ungleichheit verstärkt. In vielen Ländern klafft die Kult zwischen Arm und Reich weiter auseinander als früher. Und wenn wirtschaftliche Chancen schwinden, suchen die Menschen nach Alternativen. Und ich meine nicht, die dir das Wort im Namen haben. Und wenn sich populistischen Führern zu die Veränderung versprechen. Ein weiterer Faktor ist die Auswirkung der Globalisierung. Obwohl die Globalisierung viele Vorteile gebracht hat, führt sie auch in einigen Regionen zu Arbeitsplatzverlusten und zu kulturellen Veränderungen. Und populistische Führer nutzen diese Ängste dann aus und machen externe Kräfte für lokale Probleme verantwortlich. Die nationale Identität ist ebenfalls ein wichtiges Thema im Populismus. In einer zunehmend vernetzten Welt haben viele Menschen das Gefühl, ihre kulturelle Identität sei bedroht. Und Populisten verwenden dann dieses Gefühl, um Unterstützung zu gewinnen, indem sie diese Erzählungen von Wir gegen Die fördern. Und der Aufstieg sozialer Medien hat eine entscheidende Rolle bei der Verbreitung populistischer Ideen gespielt. Plattformen wie Facebook und Twitter und natürlich Telegram ermöglichen es populistischen Führern, direkt mit ihren Unterstützern zu kommunizieren und traditionelle Medien dabei zu umgehen. Und diese direkte Kommunikation schafft dann ein Gefühl von Nähe und von Verbundenheit. Sie kann jedoch auch zur Verbreitung von Fehlinformationen und polarisierenden Erzählungen führen. Ich sage nur Fake News. Und deswegen schauen wir uns mal einige prominente Beispiele populistischer Bewegungen weltweit an. In den Vereinigten Staaten war Donald Trumps Wahlkampf und ist es auch wieder von populistischer Rhetorik geprägt. Er stellte sich als Außenseiter dar, der das politische Establishment herausfordert und versprach, Amerika wieder großartig zu machen. Du weißt, make America great again. Und in Brasilien kam Jair Bolsonaro an die Macht, indem er die öffentliche Frustration über Korruption und Kriminalität aufgriff. Sein Ansatz sprach diejenigen an, die einen starken Führer suchten, um die Ordnung wiederherzustellen. Und in Europa haben populistische Parteien an Zulauf gewonnen, oft genährt durch Anti-Einwandererstimmung. Länder wie Italien und Ungarn haben signifikante Verschiebungen hin zu populistischer Regierungsführung auch erlebt. Aber nicht alle Formen des Populismus sind gleich. Es gibt links- und rechtspopulistische Bewegungen, die jeweils unterschiedliche Ideologien und unterschiedliche Ziele verfolgen. Linke Populisten konzentrieren sich oft auf soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Ungleichheit und fordern Maßnahmen, die der Arbeiterklasse zugutekommen. Rechte Populisten hingegen betonen oft Nationalismus und Einwanderungskontrolle. Und obwohl beide Typen ein Misstrauen gegenüber der Elite teilen, können sich ihre Lösungen und Visionen für die Gesellschaft erheblich unterscheiden. Und wenn wir den Aufstieg des Populismus betrachten, ist es auch wichtig, die Auswirkungen zu berücksichtigen. Populistische Bewegungen können den Status quo herausfordern und wichtige Themen ins Rampenlicht rücken. Sie können aber auch ganz oft Spaltungen fördern und demokratische Institutionen untergraben. Und in einigen Fällen haben populistische Führer Macht konzentriert und Kontrollmechanismen geschwächt. Wie können wir also auf diesen Anstieg des Populismus reagieren? Na, ein offener Dialog und das Verständnis der Bedenken derjenigen, die populistische Bewegungen unterstützen, sind dabei entscheidend. Die Bekämpfung wirtschaftlicher Ungleichheit, bessere Bildung und die Förderung inklusiver Gemeinschaften können helfen, einige der Faktoren zu mildern, die den Populismus antreiben. Und während wir durch diese komplexe politische Landschaft navigieren, sollten wir eine ausgewogene Herangehensweise anstreben, die sowohl Demokratie als auch die Stimmen der Alltagsmenschen wertschätzt. Deswegen danke fürs Zuschauen und wenn dir dieses Video gefallen hat, hinterlass ein Like da und abonniere doch unseren Kanal für mehr Inhalte zu drängenden globalen Themen. Bis zum nächsten Mal und das nächste Video ist direkt hier im Endscreen. Und das Video ist direkt hier im Endscreen. Und das Video ist direkt hier im Endscreen.